Weg. Ich weiß nicht. Soll ich noch ein... Ich speichere jetzt hier erst einmal. Self-game. Speichern. Jetzt gehen wir da nochmal hin. Also. Auf. Zu. Es ist zu. Oh, das ist eine Bulle von vorhin. Vielleicht kann ich mich vorbeischleichen. Und? Kenntest du mich wieder? Ich kann dich hier überholt. Was kennt denn der? Moonwalk. Ich glaube, sie wollten mich nur verhaftet, weil ich sie angekündigt habe. Also, den Bullen müssen wir echt aufpassen. Gereck hat schon noch ein Piss in dem Spiel das ist die Liga von Maschen Kalle Bolle s das ist eine blaue Augen oh geil s es ist weil du es sechst Watt fahrrad bei der banks Ich hab immer nur meine... äh... mein... mein... mein'n Scheck. So, jetzt bremisch. Was ist denn jetzt? Toll. Banküberfahren. Oh, schnell in Deckung. Ich weiß jetzt, ob ich das schießt oder nicht. Das ist eh genug Bullen, das machen wir schon für mich. Keine Munition wasten. Schießt du überhaupt irgendwie auf mich? Wow. Tschüss. Ich muss mehr von diesem guten Sachen finden. Die müssen doch jetzt aber langsam tot sein. Was kennen die eigentlich? No, 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 no. Oh. 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 Prozent Prozent aus dem Jahr gerade geht es nicht dran so lange bis ich selbst nicht mehr mag so lange soll es egal sein wenn man mich fragt ja Holzmaul scheiß Handy ich verstecke mich so in der Wohnung bis mein Ding runter ist das soll er du hast blöder wichser scheiße was kommt mit dir blöder 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 gewünscht blöder 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 fach mit kotze wort der fahrer ist im irrenheim schaut's aus ohne schmack der wichser meine frische die mann immer was spaßt wort der fahrer ist die war da oh nice ganz gut und da liegt nichts und mein Dingleib ist weg ganz gut jetzt kann ich mir Müllkaffengel I need Milch Milch ist mein Freund und Pizza hey ich hab Pizza Was ist das denn? Bum, vielleicht irgendwas droppen, Nüsse oder so? Ne? Okay. Ich bin in Asylum. Ja. So muss wo der Garten sein. Sehr entspannend. Killerkatz. Ey, der... Renn voll, wenn ich mich ranne, ich kann's nicht fangen oder wie. Piss dich. Achtung, das ist ein Notfall, ich brauche Milch. Überall wird geschossen. Übertriebene Brutalität. Boah, jetzt wollte ich so denken. Boah. So, ich bin da. Er läuft mir da noch hinten wieder. Du... Du-du-du-du-du-du-du. Hop, 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 hop. Get dahin. Okay. Wei, nee, ne, ne, mal g'schein aus dem Tost. Scham die, scham die, Madl, scham die! Wer auch geile Ausschnitte mag oder Wurstaufschnitte geht auch einfach mal liken wow ich muss gerne diese übertriebene Gewalt du kannst keine Pizza essen ich brauche definitiv mehr davon wir stehen gleich bei der Pizza um die Auswahl gar nix vieles wir sind mit ihret sie ich kann hier auf eine shotgun stecken da 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 fünf Katzen im kalt Nein alte 1 CAD gut alt alt kürt wird mit 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 am Tod an mit Jürgen der Urlaub Pfff, für der weh. Bitch. Halt's mal. Gehen wir mal darum rein, vielleicht ist da irgendwas Usefules. Das ist der Killer. Ah, das ist heftig. Exit. Exit Monster! Wo geht's noch hin? Hallo? Hallo? Okay. Hallo? Hallo? Oh, Useful. Das ist so einer von den Cocktypen. Smolzen. Hallo? Ja, WTF? Dieser Buchladen. Ich hab mich kaum umgesetzt, zu welchen Büchern es gibt, aber ich hab eine sehr geringe Auswahl. Oh, was ist denn so gross? Oh, was ist denn so gross? Das sieht echt aus. Also, wenn wir so davor stehen, sieht es echt aus. Das ist wirklich... echtes Bild. Sinn. Was zu essen. Was haben wir denn da Feindes? Oh, geil! Der lange Kaugummi da. Oder vielleicht ein Schokoriegel. Äh, 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 äh. Waschmittel? Ne. Oder hier ist eine Dosenfutter. Marmelade. Gibt's an die Milch? Hotdogs vielleicht. Ich will den Hotdog. Geh mir den Hotdog! Milch! Oh, geil! Too easy. Time to head home. Ey, 5 Dollar. Wow! Alter, mach mich für Arsch. Scheiße. Was ist das mit dem falsch? Jetzt mal der Lappen. Yes. Ain't nobody got time for that! Ain't nobody got time for that! Ain't nobody got time for that! Ain't nobody getting time for that Well, I woke up to go get me a cold pop Then I thought somebody was barbecuing I said oh lord Jesus is so far Then I ran out, I didn't grab no shoes or nothing Jesus Ah That stuff really works Yeah, it's like a pizza, it always works Oh, what's going on? What the fuck? 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 That's the ticket Please pull your pants up I can't get my pisses so weit Oh, fuck dich Oida, du bist ein Gott Go down to the king Oida Oida Aua Scheiß Kaktus Ey, wie hat er das kotzen können? Hoang I'm coming back I'll go back here To the king Das ist mein Dau hier. Milch holen. Get some milk, bitch! So, was ist denn jetzt los? Ich will ein paar Dinge für dich. Was war das? Nichts, lieber. Enjoy your milk. Bäh. Das Gott sagt, dass ihr Pocken möcht.